Es ist sehr intuitiv aufbereitet, es funktioniert gut und ich glaube man kann damit sehr viele verschiedene Bereiche abdecken, was die Chirurgie ist. Gut gefällt, dass so eine einheitliche Linie drinnen ist. Wenn ich sage, es sind unterschiedliche Durchmesser der Implantate, unterschiedliche Längen, aber es ist im Prinzip alle gleich anzuwenden und auch gleich dann weiter zu verarbeiten und ich finde das macht schon den behandelnden Arzt dann.